Adelaide ist jetzt wirklich nicht spannend, um ehrlich zu sein. Ihr habt es ja gesehen, ich wusste auch nicht wirklich, was soll ich jetzt filmen, weil da echt nichts Spannendes war oder sowas. Also war jetzt wirklich relativ langweilig eigentlich. Also von allen Millionen Städten auch eigentlich die langweiligste. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben, ich glaube wir haben zwölf Uhr oder so, ich bin richtig faul gewesen heute. Ist auch egal, wir sind in Adelaide, haben die Great Ocean Road hinter uns gelassen und wollen uns jetzt Adelaide anschauen. Das Ding ist, in Adelaide, zumindest das, was ich gesehen habe, bei TripAdvisor oder Wikicamps oder Lonely Planet, ist jetzt nicht so viel. Ich hoffe, der Wind stört nicht, deswegen wird das Ganze wahrscheinlich ein etwas kleineres Video, weil ich soll halt nur Adelaide sein und ja, schauen wir am besten mal. Ich hoffe, der Wind z froh, ich bin froh. Ich hoffe, ich schätze Bis zum nächsten Mal. 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 Auch eigentlich die langweiligste, aber trotzdem auf jeden Fall mal sehenswert. Es gibt halt wirklich nicht allzu viel hier. Ich habe ja gestern überlegt, auch noch mal irgendwie zum Hafen zu gehen, aber ich weiß nicht, vielleicht sieht man das. Es ist relativ nass heute und da macht das nicht allzu viel Spaß. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, keine Ahnung, gehe ich in Fremantle, also in Perth oder in Auckland nochmal zum Hafen oder sowas. Das muss ich jetzt hier auch nicht unbedingt machen, ansonsten geht es weiter nach Norden Richtung Port Augusta, wo ich dann übernachten möchte. Das liegt auf dem Weg nach Esperance, also wieder in den Westen, weil ich will jetzt wieder rüber in den Westen und dann würde ich das Video auch schon fast beenden, weil Adelaide ist halt jetzt wirklich nicht so spannend. Und es lohnt sich, glaube ich, nicht unbedingt zu sagen, okay, Adelaide fahre ich rein und Esperance oder sowas mache ich alles. Im Video danach fahren wir dann nach Esperance und jetzt nicht in dem Video. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video und ja, haut rein, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.